Einen wunderschönen guten Morgen hier direkt aus dem Zürcher Zoo. Ich war noch nie da, ich mache mir einen wunderbaren Tag mit dem wunderschönen Wetter. So, wir machen uns nun auf den Weg zur Lewa Savanne, eine wirklich große freie Fläche, wo verschiedene Arten und Tiere nach Afrika oder nach artgerechter Tierhaltung da wohnen. Naja, die leben da miteinander, es ist noch spannend zu sehen, wir machen uns auf den Weg dahin. So, wir haben uns nun ein leckeres Curry geholt, einmal mit Rindfleisch und einmal ein grünes Gemüsecurry. Wir lassen uns das Noon Edge schmecken und einfach nach Tief. Wie sieht das? Ja! Before! Wo? Da war der rote Volle. Ah ja. Da. Wow. So nun direkt hier in der Masuala Halle, die Tropen und Subtropen, eine wunderschöne Regenwelle, Regenwald, Halle, schön fäuftes Klima, subtropisch und tropisch. Los, rennen! Oh, gut in der Nähe. Das ist so fickle. Das ist so fickle. Look at the colors, colors, colors around. Look at the colors, colors, colors around. Und da haben wir einen Zander. Zanderknusperli. Eingeräuchter Aal. Und da haben wir einen Zander. Zanderknusperli. Zanderknusper... Zanderknusperli. Zanderknusperli. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das war ein wunderbarer Tag hier im Zürcher Zoo. Hier unten sieht man noch die große Elefantenhalle. Wirklich alles sehr groß. Man sieht die Tiere fast kaum, aber unser schöner ist der Lebensraum für die Tiere gestaltet. Vielen Dank fürs Zusehen. Drück sehr gerne einen Daumen nach oben. Abonnieren würde mich natürlich auch sehr freuen. Und nun bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.